Ich bin sneaky wie Solid Snake. Ihr würdet mich nie sehen, wenn ich mich verstecke. Ich bin quasi unsichtbar, wenn ich will. Und meine Stealth Skills habe ich benutzt, um hinter feindlichen Linien Informationen zu sammeln. Genauer gesagt habe ich alles gesammelt, was wir Stand jetzt zum Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake wissen. Was ja offiziell Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater heißt. Und bevor der Alarm läutet, mich die gegnerischen Soldaten erwischen, nutze ich die Gelegenheit, euch das Ganze als Video festzuhalten. Und wir fangen natürlich mit dem Offensichtlichen an, der Optik. Das Remake zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater wird vollständig neu aufgesetzt in der Unreal Engine. Das letzte Metal Gear Spiel, Remasters ausgenommen, war Metal Gear Solid 5 in der Fox Engine. Und auch wenn diese Engine zu tollen Ergebnissen führte, könnt ihr euch mit dem Engine Wechsel aber auch darauf einstellen, dass einiges anders aussehen wird und sich auch anders spielen wird. Das meine ich keineswegs negativ, immerhin ist die Unreal Engine eine echte Maschine. Die dichte Dschungelumgebung des Originals wird mit der neuen Engine mit viel Liebe zum Detail und einer echt dichten Atmosphäre realisiert, zumindest verspricht das Konami. Und die bisher gezeigten Inhalte wirken auch so, als würden sie dieses Versprechen einhalten. Die Power der modernen Engine erlaubt es auch Animationen neu zu gestalten, aber auch gerade die Charaktermodelle unglaublich detailliert zu realisieren. Laut eigenen Angaben betrifft der erhöhte Detailgrad insbesondere das Gesicht mit sogar vereinzelten Poren, die sichtbar sind, so dass man echt einen Fokus auf die Mimik legen kann in den Cutscenes. Die Cinematics sind da auch ein wichtiger Punkt. Wer Angst hatte, dass hier an dem Original rumgefuchtelt wird, kann beruhigt sein, denn die Zwischensequenzen sind Shot für Shot identisch übernommen worden, aber dennoch komplett neu aufgesetzt in der versprochenen tollen neuen Optik. Das bedeutet, dass wir auf keine der actionreichen, spannenden oder auch verrückten Szenen verzichten müssen, aber dass wir auch die typische Überlänge behalten, die Metal Gear Games so ausgemacht haben. Das bedeutet viel Gerede, viel glasklare Formulierungen, viel Getue, fast schon wie bei einem Bollywood-Film. Ich werde dich töten. Du hast verloren. Ich habe diese zwei Revolver, die jeweils sechs Schuss haben, und ich habe zwölfmal geschossen und werde dich jetzt mit der nächsten Patrone töten. Haha, du hast schon sechsmal geschossen. Ja! Wie konntest du mich besiegen? Entsprechend dürfte es auch Hardcore-Fans freuen, dass der Originalkast zurückkehrt für neue Voicelines und der Großteil der Originalaufnahmen wiederverwendet werden, so dass wir Snakes Stimme so wie damals erleben dürfen. David Hayter hat immer eine brillante Performance als Snake geliefert, weshalb ihr die englische Sprachausgabe des Games auf jeden Fall probieren solltet. Der Production Value bleibt also viel versprechend und behält vieles bei, was das Original so besonders gemacht hat. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt des Ganzen, das Gameplay. Die größte Angst bei Remakes allgemein ist dieses eine Wort hier. Aber auch hier soll das Spiel euch die Möglichkeit bieten, dem Original treu zu bleiben. Zwar gibt es eine neue Steuerung mitsamt moderner Third-Person-Ansicht, die an MGS5 erinnert, aber wer möchte kann zum sogenannten Legacy-Modus wechseln, wo euch die traditionelle Overhead-Kamera erwartet. Auch klassische Elemente wie der Carmo-Wert, Ausdauer und die entsprechenden Menüs bleiben erhalten, wobei ich mir tatsächlich gewünscht hätte, dass der Carmo-Prozess vereinfacht wird. Ständig im Menü hantieren war im Original tatsächlich ein bisschen nervig. Was cool ist, ist aber, dass eure Verletzungen und Aktionen sich an eurem Charakter widerspiegeln. Matsch und Blut bleibt an euch hängen, aber auch eure Verletzungen bleiben das Game über erhalten. Mit wie vielen Namen werdet ihr Snake Eater beenden? Coole Idee, die jedem Spieler die Möglichkeit gibt, seine eigene Reise zu erleben. Es gab übrigens schon Kritik wegen der Farbe, denn die neue Grafik sei nicht so stilistisch gelungen wie das Original. Auch hier gibt es keinen Grund zur Sorge, denn wer näher am Original bleiben möchte, darf das mit dem Farbfilter aktivieren. Sepia gibt es auch, aber spielt eigentlich irgendjemand Games in Sepia? Ehrlich, wieso sollte man das tun? Abgesehen davon bleiben auch unsere Quirks erhalten. MGS war schon immer das verrückte Kind von Kojima, der komplett abstruse Ideen in dieses Franchise einbaut und immer irgendwo zwischen horny und crazy rumgestolpert ist. Ihr wollt eine Kokodilmütze, um euch als Kokodil zu tarnen, um nicht von russischen Soldaten auf schwebenden Plattformen mitten im kalten Krieg erwischt zu werden? So bescheuert dieser Satz auch klingen mag, sollt ihr kriegen. Apropos, Kojima ist in keinster Weise in dieses Remake involviert, auch wenn es weiter sein Franchise in den Augen der Community bleibt. Die Entscheidung für ein MGS3 Remake ist meiner Meinung nach ideal für eine Neuauflage, immerhin beginnt hier die Story in chronologischer Reihenfolge. Was auch Neueinsteigern erlaubt, zu verstehen, was abgeht und mal sehen, ob es weitere Remakes geben wird. Als ewiger MGS-Fan freue ich mich zwar auf das Remake, aber skeptisch bin ich trotzdem. Das Franchise ist mir so wichtig, dass es hoffentlich nicht verbaut wird. Alle heutigen Infos stammen ja auch von Konami selbst und wir wissen ja, dass solche Pre-Release-Aussagen manchmal nicht wahr sind. Aber die Daumen sind gedrückt. Aber was meint ihr, freut ihr euch auf ein Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake oder habt ihr auch Angst, dass es ruiniert wird? Bitte nicht! Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin für heute durch und hoffe natürlich, dass Video hat euch gefallen. Lasst mir also gerne ein Like und Abo da, wenn ihr mich supporten möchtet. Wenn ihr Abo und Like schnell genug drückt, dann können wir auch Meryl das Leben retten. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.